Wenn Unternehmen fragen, was können wir für unsere Sicherheit tun, dann läuft das eigentlich immer auf die gleichen Maßnahmen hinaus. Installiert Updates auf Servern und auf Arbeitsgeräten und schiebt die Updates nicht hinaus. Installiert ein Antiviren-System auf euren Arbeitsgeräten. Schaut, dass ihr eine E-Mail-Security-Lösung habt, dass ihr euch die ganze Malware und Viren nicht in euer Firmennetzwerk holt. Habt einen Überblick über eure externe erreichbare Infrastruktur. Ihr müsst wissen, was ist im Internet von euch erreichbar und wie sicher ist das. Dazu kann ich in eigener Sache natürlich nur von Fancy verweisen. Zusammenfassend kann man sagen, die wichtigste Sicherheitsmaßnahme ist, dass jeder Einzelne seinen Hausverstand einschaltet. Wenn man in der Früh aus der Wohnung geht, versperrt man die Tür. Jetzt stellt euch vor, jeden Tag gibt es 40 neue kleine Türen in der Wohnung. Der erste Ansatz ist natürlich zu versuchen, diese Türen zu verschließen und genau da sitzt du Fancy an.